Hallo und herzlich willkommen bei EpiPepiToys Unboxing Fighter und Scout Trooper mit 471 und dann starten wir los So, wir haben hier abgeteilt in fünf paar Schnitte Fünfmal kleine Sackerl, hier ein kleiner Stickerbogen mit 15 Pickerl in der Anleitung, vor allem wieder wie gewohnt, der ist selbst Ein nächstes die Beschreibung dazu So So, dann starten wir So 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 Bis zum nächsten Mal. 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 So, vielen Dank für's Zuschauen.